Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind Sina und Fabian, wir sind aus Deutschland nach Dubai ausgewandert und wir begrüßen euch ganz recht herzlich zum ersten richtig offiziellen Business-Video. Es geht nämlich um das Thema Firmengründung hier in Dubai. Wir erklären euch, welche Firmenarten es gibt, was man beachten muss, wie der ganze Firmenprozess abläuft und die wahrscheinlich meistgestellte Frage, wie teuer ist sowas eigentlich? Was kostet es, hier in Dubai eine Firma zu gründen? Genau, wir haben uns ein paar Stichworte aufgeschrieben, weil es ist schon ein komplexeres Thema und damit wir nichts vergessen. Und auch nichts falsch sagen, ganz wichtig. Starten wir mit dem ersten Punkt, die verschiedenen Firmenarten. Hier in Dubai gibt es insgesamt drei Firmenkonstrukte, die gegründet werden können. Einmal eine Offshore-Company, eine Mainland-Company oder eine Freezone-Company. Das sind so die drei, die es halt gibt. Die Offshore-Company, die lassen wir einfach mal außen vor, weil erstens ist es für ganz viele gar nicht interessant. Also für viele ist eine Offshore-Company gar nicht relevant. Und zweitens bieten es auch nicht viele an. Also das ist der zweite Punkt und wir selber bieten es auch gar nicht an. Also deswegen lassen wir es mal außen vor. Wir konzentrieren uns auf zwei der drei und zwar die Mainland-Company und die Freezone-Company. Wir selbst haben eine Freezone-Company und der größte Unterschied zwischen den, den beiden Firmenarten ist, dass du in der Freezone-Company hier in einer Freihandelszone in den Vereinigten Arabischen Emiraten deine Firma hast, aber keine Geschäfte hier machst. Das heißt, du machst deine Geschäfte ausschließlich außerhalb der UAE, in unserem Fall in Deutschland oder auch in Österreich. Wenn du jedoch sagst, ich möchte auch in Dubai Geschäfte machen, als Beispiel eine Autovermietung, ein Barbershop, ein Nail-in-Spa für Frauen, ich weiß es nicht, dann machst du Geschäfte in den VAE und musst eine Mainland gründen. Weil dann kannst du in Dubai, in den UAE und außerhalb weltweit Business machen. Und das ist der Fundamentale, das ist erstmal der größte Unterschied. Dann braucht man bei einer Mainland-Company noch ein Büro. Heißt, du brauchst irgendwo ein physisches Büro, sei es in irgendeinem Gebäude, in einem Tower. Und das ist Vorschrift, ob du da jetzt arbeitest oder nicht. Und du brauchst es, du musst es anmelden bzw. du musst es mieten. Und bei einer Freezone-Company ist es so, dass du es nicht brauchst. Wir zum Beispiel haben auch keins. Du kannst jederzeit natürlich trotzdem dir ein Büro mieten. So ist es nicht, aber du brauchst es nicht. Du brauchst es erst ab vier Visa. Also wenn unter deiner Firma vier Visa laufen, dann brauchst du ein physisches Büro. Und zwar muss das die Größe haben von pro Kopf vier Quadratmeter. Genau. Heißt, wenn du vier Visa hast, vier Leute in deiner Firma, dann brauchst du ein Büro mit 16 Quadratmetern. Ob ihr da jetzt arbeitet oder nicht und ihr remote arbeitet oder euch nicht mal seht, beim Arbeiten ist egal. Ihr müsst dieses Büro trotzdem haben. Also man ist mit der Freezone-Company innerhalb seiner Freihandelszone gemeldet. Und bei der Mainland brauchst du halt wirklich ein Physical Office. Also du brauchst wirklich einen Standort, an dem du bist mit der Firma. Das und noch ein weiterer Punkt. Mainland-Company bzw. die Gründung einer Mainland-Company ist deutlich, deutlich komplexer als die einer Freezone-Company. Als Beispiel eine Freezone-Company, also nur die Gründung der Lizenz, hast du innerhalb von einer Woche bei der Mainland, bis alles wirklich steht und nid- und nagelfest ist und du herkommen kannst und deine Bankkonten gründen kannst. Das dauert deutlich, deutlich länger. Und zudem sind Mainland-Company auch teurer. Also dadurch, dass es auch viel mehr Behördengänge gibt und es auch, wie gesagt, komplexer ist, ist es entsprechend teurer. Eine Frage, die wirklich häufig gestellt wird, ist, ob man eine Agentur braucht. Wir haben es auf jeden Fall mit einer Agentur gemacht, als wir hierher ausgewandert sind. Es hat sich ausgezahlt. Also wir sind wirklich froh, dass wir es mit einer Agentur gemacht haben, weil ich habe von so vielen Leuten gehört und ich habe mich schon mit mehreren Leuten hier getroffen. Und ich habe von so vielen gehört, dass sie hier echt Probleme hatten, sehr viel Geld nachzahlen mussten, Probleme mit dem Visum haben, teilweise nicht mehr wissen, ob sie hier jetzt bleiben dürfen oder nicht mal ins Land reingekommen sind. Und man kann da wirklich sehr viele Fehler machen, auch mit den Aktivitäten der Firma. Da gehen wir gleich noch drauf ein, dass man im Nachhinein teilweise etwas umändern muss, wenn es einen Fehler gibt. Und das kostet einen Haufen Geld. Es gibt auch Free Zones und Freihandelszonen, wo man es nicht braucht. Da kann man hingehen und sagen, hey, ich will meine Firma gründen. Da passieren aber häufig auch die meisten Fehler. Also das ist, glaube ich, auch klar, wenn man sich in Anführungsstrichen nicht großartig auskennt, vollkommen rein ins Getümmel und nicht genau weiß, wo soll ich links abbiegen und wo unterschreibe ich wie was. Ist klar, dass da Fehler passieren. Das heißt, unsere Empfehlung auf jeden Fall mit einem Partner gemeinsam gründen. Da spart man sich auf lange Sicht einfach viel, viel Geld und natürlich auch Energie und Zeit. Und was auch noch dazu kommt, bei einigen Free Zones kann man gar nicht selber gründen. Also das bieten andere auch gar nicht an. Unsere zum Beispiel, mit der wir zusammenarbeiten, wo wir Partner der Free Zone sind, da ist es gar nicht möglich. Da kannst du gar nicht sagen, hey, ich möchte gerne Free Zone gründen. Sagen die, Mensch, bitte such dir einen Partner. Also man braucht jemanden, der schon Partner ist, um mit dem zu gründen. Also du kannst nicht von Deutschland aus dahin gehen und sagen, hey, ich möchte eine Firma gründen. Das geht nicht. Jetzt kommen wir zu dem ganzen Firmenprozess. Also Mainland Companies machen wir selber nicht. Da haben wir schon erklärt, dass es ein bisschen komplizierter ist. Aber wir haben einen professionellen Partner, an dem wir das dann weiterleiten. Und der kennt sich richtig gut aus, der kümmert sich darum. Der ist schon, glaube ich, seit über drei Jahren hier am Markt und macht das richtig professionell. Also wenn ihr Interesse an der Mainland habt, schreibt uns trotzdem. Wir vermitteln gerne ohne irgendwas, kostet euch nicht mehr, schreibt uns trotzdem an. Kommen wir zur Gründung der Free Zone Company. Das ist das, was wir wirklich persönlich machen. Also da arbeitest du mit uns beiden zusammen. Du siehst uns hier vor der Kamera und dann sind wir auch deine Ansprechpartner. Als allererstes, so läuft es bei uns, haben wir ein Beratungsgespräch. Wir müssen erst mal wissen, wer bist du, was machst du, wenn du jetzt mit deiner Partnerin, so wie wir zwei zusammenarbeitet, was macht ihr, was sind eure Produkte, Dienstleistungen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir ein klares Bild von euch haben, weil dann geht es in die Gründung beziehungsweise der Beantragung eurer Firmendizenz. Und da brauchen wir die ganzen Infos aus diesem Beratungsgespräch. Und da gibt es wirklich viele Hürden, wo oft Fehler passieren. Weil dann wird es richtig interessant. Wir müssen nämlich aus über 800 Aktivitäten deine passenden auswählen. Das ist aber noch nicht alles. Neben den Aktivitäten und was genau du machst, müssen wir besprechen, wie viele Visas du brauchst, also wie viele Mitarbeiter hast du oder möchtest du als Beispiel, dass deine Frau mit in die Firma kommt. Dann als nächstes, wie lange möchtest du deine Firma gründen? Es gibt die Möglichkeit, innerhalb unserer Free Zone zu sagen, Mensch, ich weiß, ich bleibe auf jeden Fall zwei Jahre in Dubai und dann möchte die Firmendizenz für zwei Jahre haben. Da gibt es sogar einen Rabatt drauf. Das heißt, es ist für dich ein bisschen günstiger. Im Zuge dieser günstigen Angebote für einen längeren Zeitraum ist, glaube ich, auch schon klar, es leitet so ein bisschen das ein, man muss diese Firmendizenz jedes Jahr aufs Neue bezahlen. Anders als in Deutschland, wo du einmal für 25 Euro den Gewerkschein holst, ist es hier in Dubai so, dass du diese Firmendizenz jährlich entrichten musst oder halt in dem Zeitraum, den du auswählst und sagst, Mensch, ich zahle gleich für fünf Jahre und bekomme entsprechend einen Rabatt. Und genau deswegen ist auch dieses Beratungsgespräch so wichtig, weil wir das alles vorher wissen müssen, bevor es dann in die Gründung beziehungsweise die Beantragung der Firmendizenz geht. Also bei uns hat man drei Aktivitäten frei, die sind kostenlos mit drin und das deckt dann drei Geschäftsbereiche ab. Wie zum Beispiel, ein Punkt ist E-Commerce, der andere ist Coaching und der dritte ist Marketing. Marketing, genau. Dann hast du drei Bereiche, die abgedeckt sind und dann darfst du auch nur diese drei Bereiche anbieten und nichts anderes. Es gibt die Möglichkeit, dass du im Nachhinein oder auch schon von vornherein eine Aktivität dazukaufst. Man kann insgesamt sieben Aktivitäten anmelden innerhalb von einer Freezone Company, zumindest in unserer Freezone. Und wenn das erledigt ist, beantragen wir die Firmendizenz und dann hast du diese innerhalb von drei bis fünf Tagen und dann ist deine Firma auch schon gegründet. Und das ist echt verhältnismäßig krass. Also jetzt mal, es ist unglaublich, finde ich. Und das Coole ist, du musst dafür noch nicht mal nach Dubai. Du kannst es auch aus Deutschland heraus machen. Du erhältst dann nach einer Woche, wie gesagt, drei bis fünf Werktage, manchmal geht es ein bisschen schneller, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber niemals länger als, ich glaube, das längste, was wir bisher hatten, war zwei Wochen, erhältst du deine Firmenlizenz und deine Establishment Card. Was ist eine Establishment Card? Eine Establishment Card ist wie ein Personalausweis nur für deine Firma. Das heißt, das ist eine hinterlegte virtuelle Karte, die beim Government hinterlegt ist, wo die Firmendaten eingetragen sind, wo der Geschäftsführer eingetragen ist, wo wirklich alle Infos einmal komprimiert draufgedruckt sind und die bekommst du dann auch nach einer Woche. Nachdem das Ganze abgeschlossen ist, kommen wir zum Visa-Prozess und da beantragen wir die ganzen Visa, die ihr vorher schon angegeben habt. Es gibt mehrere Arten von Visa, aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Da wollen wir nochmal ein extra Video zu machen, und zwar über die ganzen Voraussetzungen, die man braucht, um nach Dubai auszuwandern. Und da werden wir auf die ganzen Visa-Arten eingehen. Beim Beispiel mit der Freezone sind es dann Employment Visas und das Ganze, bis die Visa fertig sind, dauert auch nur eine Woche. Also es geht wirklich richtig schnell. Und dann kannst du mit deinem, also dann bekommst du eine E-Visum und dann kannst du damit nach Dubai einreisen. Also dieser ganze Visa-Prozess, den kannst du auch von Deutschland aus machen. Wenn du dein E-Visa erhalten hast, kannst du mit der ausgedruckten Version, ganz wichtig, das muss ausgedruckt sein, nach Dubai einreisen. Das wird dann am Flughafen einmal gestempt, einmal gestempelt und dann darfst du einreisen. Du hast für die Einreise 60 Tage Zeit, nachdem das E-Visa ausgestellt worden ist und dann geht es sozusagen los. Wenn du sagst, okay, ich gründe die Firma, während ich schon in Dubai bin, beispielsweise mit einem Visa on Arrival oder diesem Tourist-Visa, dann geht das auch. Ist allerdings kostenpflichtig, da gibt es eine kleine Umschreibungsgebühr beziehungsweise eine Umbearbeitungsgebühr, dass man sozusagen von diesem Tourist-Visa auch ins Employment-Visa wechselt. Das nur für dich so als Info. Und wenn du dann dein Visum bekommst, das ist dann das Resident-Visum, das gilt dann für zwei Jahre und das musst du immer wieder neu aktualisieren. Wenn du dann mit deinem Visum hier in Dubai eingereist bist, beziehungsweise schon drin bist, musst du zu zwei Tests gehen, um deine Ami-Rates-IT zu bekommen. Und keine Angst, es ist kein Corona-Test. Das ist auch das einzige Mal, wo du wirklich nach Dubai einreisen musst, beziehungsweise spätestens dann einreisen musst. Du musst nämlich als erstes zum Medical-Check, also zum medizinischen Test, um Blut abzunehmen und ein X-Ray zu machen. Also eine Röntgenaufnahme von deinem Brustkorb. Da kannst du einfach hingehen ohne Termin, um die Sachen durchzuführen. Den Blut-Test musst du machen, um ausschließen zu können, dass du keine gefährliche, ansteckende Krankheit hast. Wie zum Beispiel HIV oder Hepatitis und der X-Ray ist für Tuberkulose. Da kann das nämlich schon mal mit ausgeschlossen werden, dass man das hat, weil hart gesagt, Dubai möchte keine Menschen hier, die ansteckende Krankheiten haben. Ist einfach so und das sollte man wissen, wenn man nach Dubai auswandern möchte. Dann bekommst du dort vor Ort deinen Fingerprint-Termin. Da gibt es so viele Unterschiede. Manche sagen, es braucht zwei Wochen, bis du einen Termin bekommst. Ich habe ihn am einen Tag bekommen, ich habe ihn direkt am nächsten Tag bekommen. Ich glaube, du hast ihn zwei oder drei Tage später bekommen. Ja, also eigentlich bekommt man ihn schon recht schnell. Und dort musst du dann hin, um deine Fingerabdrücke abzugeben und auch deine komplette Handfläche. Also wirklich alles, komplett alles. Die wird dann sozusagen deine Ami-Rates-ID hinzugefügt. Mittlerweile können wir durch unser Netzwerk, durch die Kontakte, aber auch für dich sicherstellen, wenn du mit uns gründest, dass du nicht lange auf deinen Fingerprint-Termin warten musst und den innerhalb von 24 Stunden, meistens sogar am nächsten Tag, dann bekommst. Anschließend bekommst du deine Ami-Rates-ID per Kurier zugesendet, beziehungsweise es wird dir gebracht. Das ist so cool. Ja, und das dauert auch drei, vier, fünf Tage. Das kommt drauf an. Also bei mir hat es, glaube ich, auch ein bisschen länger gedauert, weil die da irgendwie die Adresse ein bisschen vermasselt haben. Aber normalerweise geht das auch sehr schnell. Und dann hast du deine Ami-Rates-ID, dein sozusagen Personalisweis hier in Dubai. Da hast du deine Telefonnummer hinterlegt, deine Adresse und deine Fingerabdrücke. Heißt, wenn du irgendwas kaufen möchtest, wie zum Beispiel einen Handyvertrag, gibst du deine Ami-Rates-ID, musst du deinen Fingerabdruck angeben, um zu bewalten, dass du es bist, um diesen Vertrag zu machen. Das können wir hier an der Stelle mal kurz einblenden, wie es bei Sina war. Nee, ich glaube, ich habe das Video nicht mehr so mit dem Handy kaputtgegeben. Ach stimmt, das haben wir gar nicht mehr. Aber das ist wirklich richtig praktisch. Und wenn du dann deine Ami-Rates-ID in der Hand hältst, kannst du nicht nur dir, wie Sina schon sagt, eine Telefonnummer holen, dann ist auch deine Gründung, deine Firmengründung und die Auswahlung in Anführungsstrichen abgeschlossen. Du bekommst dann von uns alle Dokumente zur Verfügung gestellt, also alles, was du brauchst, was deine Firma angeht, alle Dokumente, alle Statements, wo alles drinsteht. Und ganz wichtig auch dein Visa. Du bekommst ein elektronisches Visa, das du, wenn nötig, am Flughafen immer zeigen kannst. Deswegen auch dann immer abspeichern, dass du es auf dem Handy hast. Und dann ist das Ganze abgehakt. Mit deiner Ami-Rates-ID geht es dann in den nächsten Step. Es ist der letzte Step, also wir sind fast am Ende. Und zwar zu den Bankkonten. Mit deiner Freezone brauchst du hier ein geschäftliches Bankkonto. Das ist ganz wichtig. Rein theoretisch brauchst du kein privates. Aber wir empfehlen es trotzdem, dass du die Geschäftseinnahmen und deine privaten Einnahmen ohne Steuer ist ja jetzt nicht so ein großer Unterschied, aber dass du es trotzdem separieren kannst. Und mit uns an deiner Seite schaffen wir es, dass du sowohl dein Geschäftskonto als auch dein Privatkonto mit der Ami-Rates-ID und allen Dokumenten, die du von uns bekommst, in einer Woche einrichten kannst. Und dann kommen wir zu dem Thema, worauf ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit wartest. Oh ja. Wie viel kostet denn sowas? Also es kommt, wie gesagt, darauf an und deswegen machen wir auch immer gerne einen Beratungstermin, weil es kommt wirklich auf jede Firmengründung selber darauf an. Wie lange die Firmenlizenz ist, wie viele Mitarbeiter, wie viele Visa, was gibt es noch zu beachten. Also es gibt da ganz viel zu beachten. Aber wir können euch jetzt einfach mal einen Preis nennen. Und zwar, wenn ihr hier eine Firma gründet, alleine nach Dubai kommt, dann geht es so ab 10.000 Euro los. Und da kommt dann noch, je nachdem, ob ihr wollt oder nicht, drauf, ist entscheidend, welches Paket ihr bei uns bucht. Ob ihr ein Rundum-Sorglos-Paket habt, wo wir euch vom Flughafen abholen, wo wir euch zu den Tests begleiten und gefühlt immer mit dabei sind. Oder ob ihr dieses Standard-Paket nehmt, wo ihr die ganzen Steps dann alleine macht. Was wir aber trotzdem immer anbieten, was bei uns immer mit drin ist und was uns wirklich wichtig ist, dass wir immer erreichbar sind. Heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, sei es auch nach der Auswanderung, dann könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. Ihr könnt uns immer eine WhatsApp schreiben, ihr könnt uns anrufen. Wir sind immer für euch da. Wir lassen euch dann nicht fallen, wenn bezahlt ist und ihr dann hier eingereist seid. Also ich weiß noch, wie viele Fragen wir am Anfang hatten, als wir hergekommen sind. Deswegen, wir wissen, wie es euch geht, wenn es dann soweit ist. Scheut nicht zurück, ihr könnt uns jederzeit erreichen. Und das ist auch genau der Punkt, der uns wichtig ist. Wir wollen hier niemanden, in Anführungsstrichen, über den Tisch ziehen. Wir wollen hier ein ehrliches, authentisches Angebot machen. Da sind keine versteckten Kosten drin, keine Preise, die am Ende noch draufkommen für irgendwas anderes. Wir machen das Beratungsgespräch, wir wissen, was du brauchst, was ihr braucht. Machen ein Angebot, das ist der Preis, der zählt. Von vorne bis nach hinten, bis zum Ende. Und das wirklich mit absolut ehrlicher, authentischer Art und Weise. Und hoffentlich so, dass du am Ende sagst, Mensch, das war eine tolle Zusammenarbeit. Das war eine tolle Auswanderung, eine tolle Firmengründung. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und das war es auch schon mit dem Video zum Thema Firmengründung. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt und wir etwas nicht gesagt haben, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt uns auf eine WhatsApp. Die haben wir unten in der Beschreibung eingeblendet. Genauso wie die E-Mail-Adresse und die Kontaktdaten. Also schreibt uns und fragt einfach nach. Oder über Instagram kriege ich auch so viele Fragen. Ich beantworte die spätestens nach einem Tag. Und wenn ihr direkt sagt, wir wollen mit euch gründen, wir wollen uns das mal anhören, scheut nicht zurück, sondern bucht euch eins von den kostenlosen und verbindlichen Beratungsgesprächen, wo wir genau über das alles, was wir jetzt versucht haben, so ein bisschen anzureißen, mal detailliert auf dein bestimmtes Lebensszenario, beziehungsweise deine Situation einmal sprechen und sagen, was das Beste wäre und wie man es angeht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir senden positiven Gruß aus Dubai. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.